moin moin ich bin's euer max deus und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ja wir hatten gestern eine sonderfolge mal aufgenommen gehabt da hatten wir mal davon die oberdeck gemacht also ging auch ungefähr zwei stunden haben auch leider ein bisschen verspätet aber ich hoffe das nicht so schlimm und heute können wir mal wieder ein bisschen erkunden gehen wir hier noch wenn man mal schauen was wo wir da hinten weiterhin kommen aber ich habe gedacht wir können ein bisschen wieder erkunden gehen so schauen was es hier noch gibt auch schon mal lichtern medizin haben wir genug ok bisschen durch das jetzt nass herumlaufen aber weile haben wir jetzt nicht mehr wir brauchen wieder mehr federn was ist das denn wir können hier hoch jetzt mehr gibt es hier wohl nicht wir können auch langsam hunger vielleicht unterwegs ein bisschen machen wir sieben stück fleisch und kein fleisch jetzt ich dann ich Und dann gehen wir weiter. Ich bin gespannt auf was wir heute so entdecken. Ah da hinten. Eigentlich ist aber nur einer zu sein. Nee, eine ganze Truppe. Hinter mir ist keiner. Kommt, geht weiter. Ich brauche euch nicht. Geht einfach weiter. Was machen die da jetzt? Wie schreien die? Okay, die rennen weg. Ich hoffe die bleiben auf dem Weg. Ach, das ist nur der Baum. Okay. Ich hätte kurz gedacht, was bewegt ihn da. Ja. Das wird. Auch. Wieder ein Hase. Ach, erzählte. Die haben jetzt anscheinend nichts großartiges. Okay, einen kleinen Grill. Noch einen kleinen Grill. Neuer Eintrag auf der To-Do-Liste. Okay. Mal. Mal. Liste. Okay. Wo sind die? Ah, da ist die. Okay. Mh. Der Kunde Wasserhöhle. ist die Wasserhöhle. Ah, da ist die Wasserhöhle. Ah, da ist die Wasserhöhle. Oh, kleine Ruckler. Komm, wird Licht. Aha. So, den haben wir jetzt auch nicht so viel, der ist auch so. Das sieht aus, als wären da ein paar von denen. Oh, wie tief geht's denn runter? Okay. Okay. Wir sind unten angekommen. So. Okay. Komische Zeichnung. Okay. 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 Dann machen wir das. Ruhen wir uns eben ein Stück aus. Ah. Fertig. Gesundheit wieder bei 100. Rüstung 20. Rüstung 20. Kälteschutz. Tarnung. Ja. Ja. Auch hier können wir eben ein kleines Feuerchen machen. Ja, ich weiß. Ich bin hungrig. nicht. Wir essen auch sofort. Wir essen auch sofort. Ja. Ja. Und. Dann kann ich den da jetzt nicht nehmen. Komm. Da. Ah. Schade um die Marshmallows. Los. Uh. Noch ein paar Leuchtfackeln. Es ist echt schade um die ganzen Soladosen hier. Ähm. Schneck gesammelt. Ich muss aber auch ehrlich sagen unter Wasser sehe ich gar nichts. Keine Ahnung wie das da unten schaffen soll. Irgendwie was zu sehen. Vor allem auch so wenig Sauerstoff wie wir haben. Müssen wir irgendwie schauen, dass wir einen Tauchmannzug auch uns organisieren. Okay. Hier hängt noch einer. Ah. Nein. Habt ihr den gesehen? Bombosen Jonas. Wer ist da unten? Ah. Stopp. Warte mal. Hm. Wir nehmen mal eine. Spannende? Hoppala. Ha. Das dreht jetzt am Rad. D. wir haben kein dynamit mehr so sprengstoff dann noch eine münze alkohol ja und computer teil haben wir hier eine uhr kommt was wir haben keine uhr ja dem jonas sehe ich mich hier aber dann gleich unten schluss ausgeliefert auch näher dann auch noch ein paar so von uhr einwohnern so ja müssen wir nächste mal noch mal hier hingehen aber nach oben gleich eine markierung dafür und ich wüsste wo wird eine aber jetzt mal wo man hochklettern kann sieht man ja kaum aber wir gehen zu vom boden demnächst auf jeden fall boah ist echt tief diese ruhe und jetzt noch hier so dann bauen wir uns hier eine kleine hier um wo waren die das wird reichen ich war im weg so dafür haben wir immer blau genommen wieder noch eine feder das licht nicht mehr und wir gehen wir gehen mal zu der siedlung wir sind mutig war nicht so mutig wie bei trombosen jonas gerade unten im keller aber immerhin mir wurde auch mehrmals gesagt gehabt so in deren in deren eigenen siedlung findet man die und relativ selten jetzt mal sogar teilweise am sichersten ich habe keine ahnung das stimmt habe ich bisher noch nicht ausprobiert aber kommt uns gleich das mal an noch eine höhle ein kleiner kleiner wasserfall und noch mehr tote heil ich muss dass die haie hier rot hier und liegen entschuldigung ist das alte pistole eine alte pistole gesammelt warte mal wo ist denn die alte pistolenteil ok da fehlt mir noch ein bisschen ok und was ist noch mehr knappen ok ja fliegt der vogel hier einfach durch natürlich so zueinander gehen ja ja komm wieder hoch ja funktioniert nicht so wie gesagt aber ja funktioniert nicht so wie gesagt aber ich habe da nicht irgendwie was aufgeblitzt oder so dahin geht es sogar noch weiter ja wie viele haben die karte allein wird mir nicht reichen ja ich weiß ich habe durst ich habe da muss ich jetzt in den statistiken okay statistiken so tarnung 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 null reiste gesundheit wieder bei 89 ok immerhin das ist ich habe jetzt gedacht das wäre jetzt nünftige tarnung tarnung Was ist das? Huh? Spray! Okay, aus dem Schädel kommt Blut, wenn man draufhaut. So, so da. Gibt es hier drunter noch irgendwas? Was haben wir denn da? Noch ein Kanister. Noch mehr Alkohol und Copper. Warum die Medizin? Ach nö. Jetzt ist es gedespawnt. Hier sind auch nochmal zwei Körper. Und hier auch nochmal zwei. Perfekt. So. Da können wir auf. Langsam uns zurück auf den Weg machen. So, können wir wieder Steine sammeln? Genau. Okay. Jetzt nicht mehr. Aber. Ich hoffe, wir begegnen unterwegs jetzt keinen von denen. Warum das Ding nehmen wir auch noch mit? Und. Doch kann man nicht genug sammeln auf jeden Fall. Der Kädel. Und. Hops. Ja, wir machen uns gleich auch noch auf den Weg, was zu essen. Ach. Die roten können wir nicht essen. Die roten wären. Okay. Wir essen. Ja, okay. Wenigstens. Da ist die Feder. Da ist die Feder. Dann können wir auch demnächst wieder ein bisschen Munition herstellen. Und hoffen wir mal, die Wohinwohner kommen nicht gleich irgendwie aus dem Hinterhalt oder so. Warte mal. Seht ihr das da oben auch? Ich würde sagen, anstatt zurück. Sehen wir uns das mal an in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und. Ciao. Ich wünsche euch nicht. Das ist die Frage. Ich wünsche euch nicht. Wir sehen uns in den linkenisingen Spiegel. Wie sehen wir uns? Zu bilang nicht. Was sind denn da oben? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020